Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast eine Produktion von Markenkonstrukt. Als Strategiebüro für digitale Markenführung helfen wir Unternehmen in digitalen Change- und Transformationsprozessen weiter. Wir glauben nicht, dass standardisierte Methoden und Vorgehensweisen konkrete Lösungen für vorhandene Probleme sind. Jedes Unternehmen ist aus unserer Sicht ganz individuell für sich zu betrachten, um Engpässe und Herausforderungen zu identifizieren. Mit unserem branchenübergreifenden Know-how setzen uns Unternehmen dort ein, wo Digitalkompetenzen gebraucht werden. Gern auch als Inkubator für die Entwicklung von Innovationen, um digitale Geschäftsmodelle zu evaluieren und neue Marktpotenziale zu erschließen. Wer von euch also wissen möchte, inwieweit euer Unternehmen oder Projekt fit für eine digitale Zukunft ist, schaut gerne auf unserer Website www.markenkonstrukt.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht es hier weiter. Viel Spaß. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Das Potenzial von Podcasts für Unternehmen im Marketing. Bisher wenig genutzt und gerade darum heute eine tolle Möglichkeit für Unternehmen, Marketing zu betreiben. Podcasts. Oder auch Audio-Mitschnitte, Aufzeichnungen, Werberadiosendungen. Denn der Begriff Podcast ist noch immer nicht allen Menschen geläufig. Dabei bieten Podcasts eine tolle Möglichkeit im Marketingbereich, ob nun als platzierte Werbung oder mit dem eigenen Unternehmenspodcasts. Worin das Potenzial von Podcasts für Unternehmen liegt, wie die Podcasts-Hörer und Nicht-Hörer Podcasts nutzen und wie du diese Informationen wiederum für deine eigenen Marketingzwecke einsetzen kannst, werden wir dir hier zeigen. Warum es sich lohnt, sich mit Podcasts zu beschäftigen. Podcasts bieten, wie auch Bildformate, die Möglichkeit, die Zuhörer auf einer emotionalen Ebene zu erreichen. Sie sind wirkungsvoller und intensiver als Display-Werbung und dabei sehr kostengünstig. Während lange Texte oftmals nur überflogen oder gar weggeklickt werden, können im Audio-Format fesselnde Geschichten erzählt, eine persönliche Bindung zum Kunden aufgebaut und so das Interesse auf lange Sicht wachgehalten werden. Im Wesentlichen gibt es für das Potenzial von Podcasts drei gute Gründe, die alle nochmal so einige Unterpunkte mit sich bringen. Erstens. Es ist kosten- und aufwandsarm. Zweitens. Es erreicht viele Menschen und ist eine effektive Ergänzung zu deinem Marketing. Drittens. Podcasts stehen gerade erst in den Startlöchern. Zwar gibt es sie schon eine ganze Weile. Ihren Weg ins Marketing finden sie jedoch eher schleichend. Startest du also jetzt, kannst du die Vorteile bisher noch in einem relativ konkurrenzlosen Feld nutzen und spielst von Anfang an ganz vorne mit. Kosten- und aufwandsarme Produktion. Im Vergleich zu einem Video ist ein Podcast viel schneller und einfacher hergestellt. Man braucht kein Studio anzumieten, man benötigt nur einen Bruchteil des technischen Equipments, das man für eine Videoproduktion benötigen würde und kann im Grunde sofort loslegen. Auch auf der Endverbraucherseite sind Podcasts gerade wegen ihrer Einfachheit und Zugänglichkeit beliebt. Die Datenmengen sind kleiner, man kann den Podcast meist runterladen und dann von unterwegs aufrufen. Mit Ohrstöpseln kann man den Podcast von überall aus genießen und braucht im Gegensatz zum Video nicht die volle Aufmerksamkeit. Die Produktion und Nutzung von Audioformaten hat also nicht nur Kosten- und Aufwandsvorteile gegenüber einer Videoproduktion, sie bietet auch den Nutzern ganz andere Vorteile. Immer mit dabei. Audioformate erreichen viele Menschen. Die im Juni-Juli diesen Jahres online durchgeführte Studie Spot on Podcast, Hörer und Nutzung in Deutschland 2017-18, durchgeführt von dem AS&S-Radio, hat insgesamt 3000 Menschen in Deutschland ab 14 Jahren zu ihrem Hörverhalten im Bereich Podcasts befragt. Dabei kam raus, dass rund ein Drittel der Befragten Podcasts vor allem in Wartesituationen und unterwegs konsumieren. Was aber nicht heißen soll, dass die Aufmerksamkeit nicht beim Podcast ist. Im Gegenteil. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, Podcasts auch zu hören, wenn sie sich in einer ablenkungsfreien Situation befinden. Dennoch bieten Podcasts eben genau diese Möglichkeit des Unterwegs-mal-Reinhörens. Sie sind dank Smartphones und Tablets ständig verfügbar und können auch neben alltäglichen Ereignissen wie dem Abwasch konsumiert werden. Der Nutzer verliert also keine Zeit, muss keinen Aufwand betreiben, sondern bekommt auf dem einfachsten Weg einen Mehrwert seiner Zeit. Findet er Interesse an dem Podcast, kann dieser dann fester Bestandteil des Alltags werden und auch ohne Nebenbeschäftigung genossen werden. Dass dieses Konzept aufgeht, beweisen die Ergebnisse der Studie. Das Smartphone war dabei der häufigste Kanal für Podcasts – 73 Prozent. Dicht gefolgt jedoch vom Laptop – 61 Prozent und dem PC – 53 Prozent, was zeigt, dass Podcasts, die einmal Interesse geweckt haben, keinesfalls nur von unterwegs und zwischendurch gehört werden. Auch die Erreichbarkeit von Podcasts ist natürlich ein wichtiger Punkt. Anders als bei TV-Werbung kann ein Podcast durch die globale Verbindung im Netz in mehreren Städten und sogar Ländern zugänglich sein, vorausgesetzt die Sprache stimmt. Und das mit keinem Mehraufwand. Einmal produziert kann der Podcast im Netz unendlich viele Menschen erreichen, wenn er erst einmal Bekanntheit erlangt hat. Ganze 72 Prozent nannten die einfache Bedienung und die große Zugänglichkeit als Hauptgründe, warum sie von Podcasts überzeugt sein. Zuschlagen, solange der Trend noch jung ist. Die diesjährige Online-Marketing-Rockstars-Konferenz verkündete feierlich, die Podcasts würden in den kommenden Jahren einen Großteil der neuen Online-Trends darstellen. Noch immer nutzen 88 Prozent der Befragten aus der Spot-on-Studie bislang keine Podcasts. Diejenigen jedoch, die einmal einen Podcast nutzen, die blieben auch dabei. Podcasts bieten also ein immenses Potenzial für Marketing im Unternehmen, das bislang noch kaum erschöpft ist. 87 Prozent der Befragten in der Spot-on-Studie gaben an, Werbung wäre nicht störend, wenn der Podcast dafür umsonst sei. Zieht man in Betracht, wie auf Fernsehwerbung geschimpft wird, ist dies eine ziemlich hohe Zahl der Akzeptanz, die man nutzen sollte. Auch wenn es um Influencer-Werbung geht, ist der beste Zeitpunkt, um in Podcasts zu investieren, jetzt, sagt der Podcast-Experte Matze Hilscher. Laut Hilscher liegt der Preis, eine Werbung in einem Podcast zu schalten, derzeit bei 1.000 bis 3.000 Euro. In etwa der gleiche Preis, den man für eine Instagram-Werbung bei einem Influencer mit 100.000 Followern bezahlt. Mit dem kleinen Unterschied, dass der Instagram-Influencer vermutlich noch drei andere Werbungen am Tag postet und die Chance, dass deine Werbung in der Masse untergeht, daher sehr viel größer ist. Es gilt also, genau jetzt zuzuschlagen und entweder Werbung in erfolgreich laufenden Podcasts zu platzieren oder selbst einzuproduzieren. Bis diese erfolgreich ist, dauert es natürlich eine Weile. Die Investition lohnt sich aber gerade jetzt, da der Trend bereits in Richtung digitale Audioformate geht und du diesen Kanal sonst möglicherweise verschläfst. Wie wirkt Marketing mit Podcasts am besten? Was gehört zu einem erfolgreichen Audioformat? Neben der richtigen Technik vor allem natürlich eine sympathische Stimme und ein gut durchdachtes Konzept. Es sollte ein Hauptthema, einen roten Faden geben und der Podcast sollte so eingesprochen sein, dass man entspannt und gut zuhören und folgen kann. Eine hektische Stimme, zu viele Nebengeräusche oder größere Themensprünge werden deine Kunden ganz wie auch bei einem Blog, dessen Design ständig verändert wird, verwirren und vertreiben. Bedenke, dass deine Zuhörer vielleicht voll konzentriert von der heimischen Couch aus zuhören oder aber in der Warteschlange in einer Behörde stehen und sich nebenbei berieseln lassen. Geschaltete Werbung in Podcasts funktioniert auf vielerlei Wege. Entweder produzierst du selbst einen Werbespot oder du lässt die Moderatoren über dein Produkt sprechen. Storytelling und eine persönliche, natürlich positive Note bieten sich für dieses Format besonders an. Auch Rabattcode-Aktionen können gut über Podcast-Marketing funktionieren und haben den weiteren Vorteil, dass der Erfolg direkt messbar wird. Die Spot-on-Studie deckt übrigens auf, dass die meisten Zuhörer abends in Podcasts reinschalten, ganz im Gegenteil zum herkömmlichen Radio, das meist morgens gehört wird. Und wenn es um Kanäle geht. 45 Prozent bieten einen Podcast auf ihrer eigenen Unternehmenswebsite an. 34 Prozent nutzen Apps, 15 Prozent Musikplattformen und 8 Prozent Aggregatoren. Die Auswahlmöglichkeiten sind also sehr vielfältig und sollten an dein generelles Marketingkonzept angepasst sein. Mache dir klar, welche Zielgruppe du erreichen willst, wie deine Ressourcen sind, einen eigenen Podcast zu produzieren oder produzieren zu lassen. Wir beim Markenrebell greifen dir dabei natürlich gerne unter die Arme. Oder ob es für dein Unternehmen mehr Sinn macht, deine Werbung in einem bereits bestehenden Podcast zu schalten. Wie auch immer du dich entscheidest, warte nicht mehr allzu lange. Podcasts sind die Marketinginstrumente der Zukunft. Sie sind einfach und günstig, zugänglich und leicht zu bedienen für den Kunden und sie bieten hervorragende Möglichkeiten, Vertrauen und eine persönliche Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Diese Möglichkeiten solltest du nicht verstreichen lassen und der richtige Zeitpunkt ist genau jetzt. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam. Das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Show Notes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao. Tschüss. T assembly suite. Tick. Tị faz.